So Leute, hier bin ich wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Raging Blast 2. Ja, wir haben letztes Mal mit Raditz gespielt, sobald wir auf jeden Fall können, bis auf eine Mission, weil die so verbuggt war, warum auch immer. Allerdings spielen wir heute mit Nappa und Nappa, der hat eigentlich auch ganz coole Moves hier in diesem Spiel. Und ja, wie gesagt, so viele Charaktere habe ich letztes Jahr schon gesagt, haben wir gar nicht mehr. Also, es geht eigentlich. So, wir machen aber jetzt erstmal mit Nappa. Ähm, ja. Wir rüsten hier wieder diese paar Items aus. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder rund. So, ich freue mich mit Nappa zu spielen, denn wie gesagt, Raditz hatte letzten Part auf jeden Fall auch eine verdammt gute Animation. Also, gute Attacken, gutes Moveset. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin mal gespannt, wie sich Nappa jetzt spielen lässt. Und wie gesagt, am Anfang lasse ich das Intro einmal laufen. Und am Ende natürlich. Danach werde ich das dann überspringen. Genau. Ja, mein Leben geht so langsam ein bisschen runter, immer. Aber wir ziehen ja genug Damage, also. Vulkan, Explosion, Boom. Richtig geile Attacke. Dieses, aber das finde ich immer so meine Lieblingsattacke von Nappa. Ich finde die richtig nice. Also, Blazing Storm. Boom. Ich finde das richtig geil, wie der alles explodiert. Das ist genau meins. Okay, Gang, Tenshinhan. Okay, wir haben das Silent Spirit. Und auf links haben wir. Oh, die Attacke haben wir auch noch. Geil. Okay, Nappa gefällt mir auch sehr gut. Also, es gab schon schlechteren Movesets. Aber wir ziehen richtig viel. Guckt euch das mal an. Und. Zack. Nice. S Plus, na. Das heißt nichts, ne. Und so viele Missionen haben wir jetzt gerade gar nicht mit ihnen. Also, geht eigentlich sogar noch. Arm Break. Neuer Move. Gleich im ersten Kampf. Und vier Punkte. Genau, Arm Break, wo er das gegen Tenshinhan eingesetzt hat. Und ich meine auf RTL 2, wo das früher gelaufen ist, da haben die auf jeden Fall auch noch gezeigt, wo Tenshinhan den Arm verliert. Natürlich jetzt sogar mit ein bisschen Blut und wie auch immer, aber ich glaube in den neuen Serie machen die das nicht mehr. Zwar schade, aber ist halt so. So, wir kämpfen jetzt erstmal gegen Krillin, Gohan und Piccolo. Und wir krillin ja schön. Dann haben wir Krillin ja erstmal einen schönen Diggins da gegeben. Bauchtritt. So, gucken wir mal den Arm. Ey. Den Arm Break, komm. Und Impact Bomb. Verdammt cool Attacke. So, unser Gohan kommt. Ja, wir haben natürlich noch nicht die Ulti eingesetzt von Nappa. Sag mal so, dieses Spiel wäre noch perfekter, wenn man die Ultis auch noch ändern könnte. Ich sag also, so ein Rage Blast 3 mit Dragon Ball Super Charakter, wo man die Ultis ändern kann und alles sowas. Das wäre doch richtig geil. Nappa Cannon. Okay. 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 Gohan besiegt so erstmal mit Piccolo noch besiegen. Jeden Tag. Au, 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 au. Piccolo haben wir ja auch schon durchgespielt. Die Story, sag ich mal, soweit wir sie auf jeden Fall spielen können. Oh, was? Gar nicht gesehen. Okay. Nein. Und wenn Nappa ist eigentlich auch ein verdammt starker Krieger gewesen aus der Saiyajin-Saga. Also, ich weiß noch, wie sie alle vor Angst gezittert haben, weil Nappa die Erde beben gelassen hat und was weiß ich nicht alles. Das war schon mega geil. Nein, er lebt noch, Drexodo. Egal, dann beende ich es hiermit. Oder auch nicht. Aber so. Genau. Und Nappa mit Haaren sieht ja noch ein bisschen komischer aus. Aber naja. Genau. Und nachdem wir Nappa gespielt haben, beziehungsweise die letzten Missionen hier, dann können wir auf jeden Fall auch wieder den Shenlong rufen und kriegen dann wieder einen Wunsch. Genau, da hatte wir geht ja noch rote Haare. Das sah auch cool aus. Oder so bräunlich, bräunlich rote Haare. Das sah auch cool aus. Okay, das wird schwer. Warte mal was. Ganz richtig. Oh, fuck. Das ist schwer. Beendet den Kampf, bevor die Raging Soul endet. So, ich starte natürlich von diesen Raging Soul und den Player... Ach du Scheiße. Er heilt sich die ganze Zeit. Das kann ja was werden. Ach du Kacke. Oh no. Das wird schwer. Das wird viel zu schwer. Dafür werden wir ein paar Versuche auf jeden Fall brauchen. Okay, das ist... Los, 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 nicht. Nein. Oh, come on. Okay, es ist aber machbar. Also... Was? Wieso schlägt der denn nicht weiter? Dieser... Trampel. Was ist gemein? Okay. Okay. Zu wenig Zeit. Muss das Item noch ausrüsten, dass die Raging Soul länger ist. Auf jeden Fall. Aber machbar ist das auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt nur noch erst ein Item, dass die Raging Soul verlängert. Also... Sonst ist das schwer. Aber wir kriegen das Händel. Was kriegen wir denn, Leute? Äh... Ich denke mal, das ist das. Und dann haben wir hier noch... Nee, hier können wir nichts mehr ausrüsten. Alles klar. Dann müssen wir es nochmal versuchen. Aber machbar ist das. Ich denke mal, so ein paar Versuche brauchen wir dafür. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Auch wenn es schwer wird. Aber das schaffen wir. So, Goku, jetzt will ich es versuchen. Ja, komm her. Das verbraucht wieder zu viel Zeit. Okay, das kann ich mal starten. Das hat viel zu viel Zeit verbraucht und zu viel Key. Ach komm, Goku, bleib doch da. Das ist schon wieder zu langsam. Okay, das war schon mal ein perfekter Start auf jeden Fall. Nein. Diese... Diese Zeit, das regt mich gerade echt auf. Das schaffe ich doch. Boah, das ist doch so schwer. Ich brauche auf jeden Fall mehr Punkte für Nappa. Okay, das wird wieder nichts. Wird mich verarschen. Das ist auch noch so unfair, dass dieser blöde Drecksack sein Leben die ganze Zeit wiederherstellt. Das ist doch unfair. Wie soll man das denn schaffen? Und schwupp, leben wieder voll. Toll. Ibi. Und jetzt verpisst... Oh, ist das nervig, Alter. Nee. Wir brauchen dafür irgendwas anderes. Also bessere Items brauchen wir für Nappa. Aber wir haben zu wenig Punkte. Wenn wir den rausnehmen, haben wir nochmal sieben Punkte mehr. Okay, wir hätten dann... Smash-Attacks... Smash-Attacks... Das ist das einzigste, was ich versuchen kann, aber... Das wird schwer. Das ist ja auch eine harte Mission, aber ich hasse so welche Missionen. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss anfangen. Ich höre doch auf, dich da hin zu verpissen. Allein schon, wenn du dich an diesen scheiß Felsen verpisst. Das ist unmachbar. Okay, das war schon mal 15.000 Damage. Das kann nicht wahr sein. Ich habe so viel... Ich habe so wenig Zeit. Das ist doch ein Witz. Wie soll man den Scheiß denn schaffen? Nein. Ach man ey, das ist doch eine Scheiß-Mission. Sowas regt mich wieder auf. Man, wir haben viel zu wenig Raging Soul-Zeit. Das ist doch nervig. Das können wir abwehren. Na, du musst ein Scheiß-Kerl. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe den Scheiß doch ausgewichen. Oh, reg mich diese Mission auf. Das ist doch echt schlimm. Und der... Oh, der... Der heilt sein Leben so fucking schnell. Das ist... Also ich habe die besten Items ausgerüstet, die ich habe. Ich habe nichts Besseres. Das war ich doch aus, du fetter Sack. Ihr müsst das schaffen. Sonst... Ja. Nein. Das ist doch ein Witz, Alter. Und natürlich... Ich breche einfach meine Kombo ab. Ja. Und ich kann ja keine Attacken einsetzen. Das ist ja noch schlimmer. Ich muss für diese Scheiß-Raging Soul abwarten. Leute, ich versuche das jetzt noch ein, zwei Mal. Bis zur letzten Zeit auf jeden Fall. Ich starte das jetzt noch einmal neu. Und wenn es noch nicht klappt, dann breche ich dieses Nappa. Let's Play jetzt erst mal atmen, dann mache ich den nächsten Part ganz normal weiter. Und mit anderen Charakteren, dann mache ich das irgendwann zum Schluss, wenn wir bessere Items haben. Denn so, ihr seht, das ist unmachbar. Dieser Scheißkerl weicht die ganze Zeit aus. Mann, geh doch hinterher, verdammt. Warum macht der das? Ja, auf auszweifeln, bitte. Pisser. Wir haben viel zu wenig Zeit. Los, Recover, du... Ne. Okay, Leute. Letzter versucht ihr nicht, dass ihr es gebe. Aber dann ist auch wirklich Feierabend. Mit Nappa. Denn das mache ich... Das gebe ich mir nicht. Das ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Ihr seht ja, ich brauche dafür bessere Items. Vor allem dieser Scheiß Goku, der ist ja... Nein, das wird wieder nichts, weil der... Okay. Wir lassen es jetzt durchlaufen, auch wenn es jetzt scheiße läuft. Dann ist es halt so... Ist auch ein Witz. Ich will noch mal eine richtige Chance haben. Ach ja, ich treffe einfach mal nicht, ne? Warum nicht? Okay. Das ist einfach... Scheiße. Ich hasse so welche Missionen, aber das werde ich immer hassen. Das ist einfach nichts für mich. Ihr seht es ja. Das ist... Verarschung pur ist das. Letzte Runde, der ist jetzt versuch. Wenn es jetzt nicht klappt und ich verkacke oder was weiß ich, dann ist gut. Ich habe immer bei den letzten Balken. Los, rappel dich auf, du fette Sau. Mann, es ist doch so knapp. Mann, das ist doch ein Witz. Ne, sorry Leute, ich mach das. Ne. Ich bin damit raus, Leute. Tut mir leid. Ich habe darauf keinen Bock. Also das ist mir echt, ehrlich gesagt, viel zu blöd. Tut mir leid. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.